Herzlich willkommen bei German PV. Dass Sonnenstrom sauber und umweltbewusst ist, das brauche ich Ihnen nicht mehr zu erklären. Aber was für ein Produkt möchten Sie sich auf Ihr Dach installieren für Jahrzehnte der Stromgewinnung und es dann Regen, Schnee und Strom aussetzen? Klar, ein Produkt mit Qualität. Und das ist unser Fachgebiet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Für eine leistungsstarke Photovoltaikanlage sind drei Dinge unverzichtbar. Ein ausgeklügeltes Montagesystem für Ihr Dach, hochwertige Solarmodule und ein nahezu verlustfrei arbeitender Wechselrichter. Wir befinden uns nicht auf dem Highway to Hell, sondern auf dem richtigen Weg zu Ihrem effektiven German PV Photovoltaik-System. Und deshalb müssen wir auch über AC-DC sprechen. Stellen Sie sich vor, Ihre Module sind auf dem Dach und produzieren schon fleißig Strom. Nur leider kommt dieser als DC, übersetzt als Gleichstrom ins Haus. Da unsere Geräte wie Stereoanlage und Waschmaschine aber allesamt mit Wechselstrom, also AC, versorgt werden wollen, müssen wir diesen umwandeln. Und das übernimmt dieser Wechselrichter hier. Eine eigentlich ganz einfache Aufgabe, hätten wir nicht einen hohen Qualitätsanspruch an unsere Geräte. Denn die sollen ja laufen und laufen und laufen. Deshalb bedienen wir uns eines ganz besonderen Glücks. Wir verzichten beim Bau der Wechselrichter auf gewöhnliche Elektrolytkondensatoren, denn diese sind mit einer Elektrolytflüssigkeit gefüllt. Und die verdunstet schon nach wenigen Jahren wie eine Pfütze in der Sonne. Unsere Wechselrichter haben mit speziellen trockenen Kondensatoren eine extra lange Lebensdauer. So können wir guten Gewissens zehn Jahre Garantie darauf geben. Auf alle Wechselrichter, die wir in unserem Sortiment haben. Übrigens haben unsere Wechselrichter erst kürzlich von einem Solarfachmagazin das Prädikat sehr gut verdient bekommen. Das hier ist ein dreipoliges Gerät für richtig große Anlagen, wie auf einem Fabrikgebäude beispielsweise. Für ein Einfamilienhaus benötigen Sie dagegen nur einen einpoligen Wechselrichter. Egal wie viel Strom Sie erzeugen, wir haben den passenden Richter im Programm. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für Sie. Darf ich vorstellen, das ist die PV Powerstation. Das wegweisendste und modernste, was es momentan auf dem Markt der Photovoltaik gibt. Denn Sie verbrauchen mit diesem Gerät hier Ihren eigenen Strom. Denn normalerweise funktioniert es so. Ihre Solaranlage produziert den meisten Strom am Tage. Also wenn Sie nicht zu Hause sind und somit den wenigsten Strom verbrauchen. Dann speisen Sie diesen Strom in das öffentliche Stromnetz ein. Natürlich nicht ohne daran zu verdienen. Aber erst am Abend, wenn das Licht angeht und der Fernseher und der Herd und und und. Dann müssen Sie wieder normalen Netzstrom beziehen? Etwas umständlich, oder? Finden wir auch. Deshalb beinhaltet die PV Powerstation, lebst einem gewohnt leistungsfähigen und effizienten Wechselrichter, ein Speichersystem, welches Ihren Strom speichert. Und den benutzen Sie dann, wann Sie ihn brauchen. So sind Sie völlig unabhängig von den ständig steigenden Stromkosten. Das ist ein großer Schritt Richtung dem vielbeschworenen Smart Grid, dem intelligenten Stromnetz. Und deshalb können Sie mit Ihrer Anlage, wir sagen, sprechen. Durch einen Anschluss ans Internet können Sie jederzeit überprüfen, wie viel Strom Sie erzeugen und so schon gespart haben. Und natürlich macht das auch eine Wartung viel, viel leichter. Das ist das Stromnetz 2.0 sozusagen. Das ist die Zukunft. Unser Fazit, durchdachte und effiziente Wechselrichter, elektrolytfrei, deshalb auch langlebiger und die Zukunftslösung mit der PV Powerstation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017